Ich bin für Olympia in Schleswig-Holstein, weil wir die besten Segelstandorte der Welt haben. Wir zeigen das mit Kieler Woche und Trabemünder Woche seit über 100 Jahren jedes Jahr. Ich bin für Olympia in Schleswig-Holstein, weil wir nordeuropäische Spiele haben werden, mit unseren Freunden in Dänemark zusammen, also wir alle hier um die Ostsee herum feiern und großartige Olympiade haben werden. Und ich bin für Olympia in Schleswig-Holstein, weil dann Hamburg ganz sicher gewinnt. Und gibt enclose orthogonalenちょう Bulletproof zu einem Stirlen堆 CO. dass ein 40 eine Schlüssel gewinnt ist.